Die Digitalisierung ist auf der einen Seite meiner Meinung nach wirklich eine Möglichkeit in Zukunft tatsächlich viele Dinge anders und auch besser zu gestalten, aber wird ja trotzdem sehr kritisch gesehen und nach wie vor ist es ja so, dass leider die Digitalisierung teilweise von GBA oder von KBV oder beziehungsweise vom Bundesministerium für Gesundheit mehr oder minder oder von der Telematikinfrastruktur vorgegeben ist. Und da gibt es doch viele Hinderungsgründe, oder? Ich bin ja schon einige Jahre im Geschäft und das als Anästhesist mit eigener Tageslinik, aber auch ganz aktiv in der Berufspolitik im Vorstand der KV Rheinland-Pfalz. Und ich merke immer wieder, wie schwer es ist, jüngeren Kollegen und Kollegen zu motivieren, hier mitzumachen. Unsere Vertreterversammlung hat zwar mittlerweile ein paar junge Gesichter, aber die Mehrheit ist leider jenseits der 50, teilweise auch 60 und 70 Jahre alt. Deshalb freut es mich heute ganz besonders, einen umtriebigen, jungen und digitalaffinen Kollegen zu begrüßen. Er nennt seine Praxis selbst Start-up, ist Kolumnist, Podcaster und will auch noch Tinder für die Weiterbildung. Ich begrüße ganz herzlich Nikolaus Karl. Sie kommen aus der Nähe von Nürnberg. Wenn man das alles so liest, Sie sind ein echter Tausendsasser. Was treibt Sie an? Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich will einfach Spaß an meiner Arbeit haben und habe immer die Sorge gehabt, Mensch, wenn du da in der Praxis bist und dich da betätigst, dass es irgendwann vielleicht auch mal langweilig sein könnte, ähnliche Tagesabläufe und ähnliches. Und deswegen habe ich immer mal auch Sachen gesucht, wo ich es für mich selber interessant halte und neue Impulse setzen kann, auch junge Kollegen motivieren kann, auch diesen Weg zu gehen, was einfach Spaß macht. Ja, schön. Und Sie sind dann irgendwo in der Nähe von Nürnberg gelandet und haben dort eine allgemeinmedizinische Praxis neu gegründet oder übernommen? Ich habe eine Praxis übernommen. Mein Vater war selber Hausarzt in Niedersachsen, Stunde südlich von Hamburg. Die hatte ich mir auch angeschaut zu übernehmen, was dann aus familiären Gründen, sage ich mal, dann am Ende nicht ausgegangen ist. Ich habe in Erlangen studiert und meine Frau da kennengelernt, die kommt aus Nürnberg. Dann waren sie in der Gegend sozialisiert sozusagen. Genau, die Franken gehen aber nicht so gerne weg von zu Hause und dann ist das so geblieben, dass ich da hängen geblieben bin. Und dann im Vorort von Nürnberg eine Praxis gefunden habe, die ich übernommen habe. War erst eine recht kleine Praxis, die wir jetzt zu einer großen Vollversorgerpraxis aufgebaut haben. In einem Vorort von Nürnberg, jetzt seit einigen Monaten einen zweiten Kassensitz haben, eine Ärztin-Weiterbildung als Fachärztin angestellt haben, einen neuen Arztin-Weiterbildung, also es entwickelt sich und macht Spaß. Wird groß und größer, sehr schön, ja. Und Ihr Hauptaugenmerk, Sie nennen Ihre Praxis Start-up, also Ihr Hauptaugenmerk ist auch von Anfang an, diese Praxis möglichst digital aufzubauen und ich sage mal, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen in der Praxis. Absolut und es halt aber auch einfach die Selbstgestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, die wir heutzutage haben. Es ist ja schon so, dass man auch manchmal auch aus der Berufspolitik auch mal jammernde Töne wahrnimmt. Und deswegen hatte ich das so formuliert in einer Kolumne, um auch zu sagen, wir haben es selber in der Hand, wir können es selber gestalten. Und das macht auch die Freude daran und auch eine Zufriedenheit in der Arbeit, was man in der Klinik zum Beispiel nicht unbedingt immer so hat. Und um das abzugrenzen, hatte ich da diesen Begriff mal. Das ist der große Vorteil der Niederlassung, glaube ich einfach, dass man da selbst gestalten kann und so seine Arbeitsabläufe auch selber regeln kann. Aber nun, wie gesagt, die Digitalisierung ist auf der einen Seite meiner Meinung nach wirklich eine Möglichkeit, in Zukunft tatsächlich viele Dinge anders und auch besser zu gestalten, aber wird ja trotzdem sehr kritisch gesehen. Und nach wie vor ist es ja so, dass Sie, ich sage mal, Sie sagen gerade, Sie können selbst gestalten. Leider die Digitalisierung teilweise, sagen wir mal, von GBA oder von KBV oder beziehungsweise vom Bundesministerium für Gesundheit mehr oder minder. Oder von der Telematik-Infrastruktur vorgegeben ist. Und da gibt es doch viele Hinderungsgründe, oder? Das sehe ich in einigen Bereichen auch so. Ich finde, wir müssen immer so ein bisschen unterscheiden. Reden wir über Digitalisierung, die, wie Sie es gesagt haben, auch Änderungen in den Prozessen nötig machen und die wir uns auch wünschen, dass wir gewisse Abläufe anders machen können. Oder reden wir von Elektrifizierung bestimmter Formulare, die eigentlich eins zu eins dann elektrisch abgehandelt werden sollen, was eher dann zu Problemen auch mal führt und uns eben nicht die Erleichterungen bringt, die uns voll digitale Prozesse eigentlich ermöglichen. Deswegen müssen wir da immer schauen, worüber reden wir eigentlich und was ist unser Ziel. Und über was reden wir? Über Digitalisierung. Das ist schon das, wo Sie hinwollen. Absolut. Aber dass wir einfach unsere Prozesse neu denken. Wir haben große Herausforderungen, auch in der Patientenversorgung. Wir werden eher weniger Ärztinnen und Ärzte. Die Patienten werden eher mehr, werden kränker. Und wir müssen schauen, wie kriegen wir eigentlich die gute Versorgung, die wir haben oder die wir uns wünschen, so in die Fläche, dass wir eine gute Versorgung haben und welche digitalen Lösungen finden wir, um unsere Versorgung gut weiter bestehen zu lassen. Welche digitalen Lösungen haben Sie denn schon in Ihrer Praxis jetzt umsetzen können? Also natürlich einerseits die ganzen Telematik-Infrastruktur-Themen, die da aufkommen. Zum anderen ist es aber für mich so, ich habe das auch mal so formuliert, Digitalisierung ist für mich eine weitere Relativierung von Zeit und Raum. Das heißt, ich möchte eigentlich verhindern, dass ein Patient unbedingt zu mir in die Praxis kommen muss, wenn er gar nicht kommen bräuchte. Dafür ist sowas wie das E-Rezept, auf das wir bestimmt eingehen, eine Lösung, dass ich eine digitale Signatur habe, die es mir ermöglicht, unabhängig von der Örtlichkeit zu signieren, ich muss nicht beim Patienten sein. Aber wir brauchen auch Lösungen, um zeiteffizient zu arbeiten. Das heißt, alles, was an Dokumentation anfällt, an Verarbeitung von Arztbriefen und Ähnlichem, müssen wir eigentlich so lösen, dass wir nicht immer doppelte Arbeiten haben. Und jetzt explizit auf meine Praxis, also Telematik-Infrastruktur, E-Rezept, EAU, Kim-Dienste, ist alles etabliert. Wir arbeiten auch mit neuen Lösungen, dass wir sagen, muss immer eine MFA ins Telefon gehen, können wir mit digitalen Telefonassistenten arbeiten. Ja, bei denen auch schon einige, die ich kenne. Genau, das hat Vorteile. Es kann so ein bisschen Spitzenbelastungen bei den MFA abfangen und auch den Zeitdruck, den die manchmal spüren, abfangen. Es gibt aber auch da Hemmnisse im Expliziten, wo wir sagen, manchmal wird die Arbeit nur verschoben auf einen anderen Zeitpunkt. Dinge wie, dass dieser Telefonassistent zum Beispiel Termine vergeben könnte, das würden wir uns wünschen, klappt aber technisch einfach noch nicht so gut. Da muss man auch ehrlich sein. Und auch da bin ich immer wieder im Austausch mit meinem Team, zu gucken, was hat sich bewährt, was funktioniert und wo eben gerade nicht. Wir hatten es im Vorgespräch auch schon, Schnittstelle zu den Krankenhäusern. Da sehen wir noch ein großes Potenzial, da einfach den Informationsaustausch zu verbessern, zu gewährleisten. Aber auch bei uns in der Patientenversorgung, dass wir Rezeptanfragen digital entgegennehmen, dass die nicht immer bei uns anrufen müssen und ähnliches an der Kommunikation, weil es einfach schneller ist und es auch den Patienten erleichtert. Sie sprechen es gerade an, die Schnittstellen. Ja, auf der einen Seite, wie gesagt, die Schnittstellen zu Krankenhäusern, aber auch Schnittstellen zu Kollegen und Kolleginnen. Auch da haben wir leider ja ein sehr hohes Alterspotenzial, sage ich mal. Diese KIM-Dienste, also Arztbriefsendungen und und und, funktioniert das dann? Haben Sie da Ihre Kollegen auch so ein bisschen animieren können, mitnehmen können? Schon, dass wir die auch immer wieder darauf hingewiesen haben, es funktioniert jetzt. Ihr könnt uns Arztbriefe per KIM schicken. Aber auch da sind es oft Kleinigkeiten, die da im Wege stehen, dass dann das Adressverzeichnis nicht so gut funktioniert, wie wir uns das eigentlich wünschen würden, je nach Praxisverwaltungssoftware, die auch unterschiedlich gut verschlüsselt ankommen, dass da manchmal auch Deckblätter erstmal mitgeschickt werden, die dann, das ist alles noch optimierungsbedürftig, aber es funktioniert im Allgemeinen sehr, sehr gut. Das heißt, uns entfällt das Scannen, wir haben die sofort bei uns in der Praxis, müssen jetzt natürlich auch nochmal auf die Kollegen zugehen und sagen, es funktioniert, ihr braucht es nicht nochmal faxen, ihr braucht es nicht nochmal per Post schicken, weil das uns natürlich mehr Aufwand macht, abzugleichen haben wir den schon und ähnliches, aber das sind für mich Dinge, die werden im Laufe der Zeit einfach sich weiter einspielen und ich bin da optimistisch, dass das in fünf Jahren gar nicht mehr so das Thema ist. Wie nehmen Sie Ihre Kollegen mit? Machen Sie so eine Art Qualitätszirkel oder sowas oder haben Sie eine Chance eben, ich sage mal, Ihre Kollegen da irgendwie weiterzubilden, diese Dienste auch anzuwenden? Das maße ich mir gar nicht an, weil ich glaube, das kennen wir alle, wenn da irgendjemand in den eigenen Praxisablauf reinsprechen möchte, das hat sich nicht so bewährt, aber wir sind ja schon so ein bisschen in einem ländlicheren Bereich, wo man sich kennt, wo man sich auch mal so austauschprivat trifft und ähnliches, das funktioniert, dass man nachher sagt, hey, bei uns funktioniert das und sobald die das ein paar Mal gemacht haben, merken die auch, dass es etabliert sich und dann denken die da eigentlich auch bald gar nicht mehr drüber nach. Nächste Schnittstelle wäre der zum Patient nehmen. Haben Sie ein anderes Klientel in Ihrer Praxis oder haben Sie das gleiche Klientel wie die Landtagspraxis, ich sage mal, 20 Kilometer weiter? Wir haben schon das gleiche Klientel und es ist schon auch so, dadurch, dass wir auch manchmal Dinge ausprobieren, wo wir sagen, hat sich bewährt oder eben auch mal nicht, dass manche unserer Patienten schon auch sagen, jetzt hat er schon wieder eine neue Idee, die wir ausprobieren sollen. Das ist schon so, das müssen wir im Rahmen halten. Aber jetzt gerade in Bayern haben wir zum Beispiel vom Hausärzteverband eine Patienten-App, die der Verband rausgibt, etabliert, wo wir das für die Kommunikation mit dem Patienten nutzen können. Man kann auch Terminvereinbarungen darüber machen. Wir machen sehr viel Videosprechstunde eben über diese App, weil sie gut funktioniert, einfach zu bedienen ist. Und sobald der Patient und die Praxis den Mehrwert von Lösungen spüren, sind die Patienten auch sofort dabei, das zu nutzen. Aber man muss auch ehrlich sein, ein bisschen Aufklärungsaufwand durch die MFA, durch uns ist durchaus da. Auch die Mitarbeiter sind manchmal ja ein bisschen konservativ ausgerichtet. Genau, ich habe schon ein recht junges Team oder jung gebliebenes Team, die auch da Lust drauf haben. Und eine MFA, die jetzt bald ihren 60. Geburtstag feiert, ist eigentlich eine von den motiviertesten, die sagt, hey, macht mir Spaß. Die ist explizit zu mir in die Praxis gekommen, weil sie gesagt hat, hey, ich habe nochmal Lust, was mit aufzubauen, was mitzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir unserem Team mitteilen, ihr könnt mitgestalten, ihr könnt mitbestimmen und sagen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und dann ist auch eine Motivation da und eine Identifikation mit der Praxis zu sagen, hey, da haben wir Lust drauf. Das macht Spaß. Ja, da spricht viel Enthusiasmus aus Ihnen. Und Sie haben ja auch, Sie sind zwei der Vorsitzende eines kleinen Vereins, die E-Rezept-Enthusiasten. Da ist meine Frage, oder das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, glaube ich, von uns Ärzten bezüglich der Digitalisierung, dass wir so gar nicht teilweise in die Prozesse mit einbezogen worden sind, gar nicht nachgefragt worden ist, wo drückt euch denn da der Schuh? Wie könnte es denn besser werden? Hatten Sie über diesen Verein oder sowas auch vielleicht eine Möglichkeit, tatsächlich in Entscheidungsprozesse der Digitalisierung mit eingreifen zu können, jetzt auf Landes- oder Bundesebene? Also es war schon ein Ziel dieses Vereins zu sagen, wir bündeln eine Stimme und zu sagen, wir haben aus unterschiedlichen Bereichen Interesse an der Digitalisierung und sehen das als Punkt, der vorangebracht werden muss. Die einzelnen Mitglieder haben dann manchmal zu bestimmten Themen unterschiedliche Schwerpunkte. Aber aus meiner Sicht, ich habe mich 2021 niedergelassen, ist es eigentlich ein bisschen anders, dass die KBV ja eigentlich sehr lange mitsprechen konnte und da den Hut auf hatte und sehr lange die Sachen hätte mitgestalten können und es aus meiner jungen Sicht nicht in dem Maße mitgestaltet hat, wie sie es hätten tun können. Und gerade beim E-Rezept war es so, ich habe mich 2021 niedergelassen, so im Oktober, November kam der Apotheker aus dem Nachbarort auf mich zu, meinte, wie sieht es aus, E-Rezept soll 2022 Pflicht werden, bist du schon bereit? Ich, jung, dachte, oh, Fristen gelten was? Ich bin erst mal nervös geworden, habe mit meinem Softwarehersteller gesprochen, der meinte, naja, wir können das mal versuchen, wir haben bisher noch keine Praxis, sind jetzt eigentlich aber fertig, können starten. So fing das an, hat dann mit kleinen Fehlerchen, die behoben wurden, dann auch bald funktioniert und dachte ich, okay, sind wir bereit und dann kam aber die Politik und hat gesagt, ich stoppe das E-Rezept in Form von Herrn Lauterbach. Und das war ein politisches Signal, wo ich und auch andere gesagt haben, warum und was ist das Ziel und was ist die Alternative? Und wollten eigentlich in dem Verein nur sagen, es gibt Lösungen oder Softwares, wo es gut funktioniert, wo man das machen kann und eigentlich das nach außen zu tragen, zu sagen, hey, so und so kann es gehen, da sehen wir Verbesserungsbedarf und wo sehen wir vielleicht auch Herausforderungen, wo noch was verbessert werden kann. Das haben wir dann öffentlich kommuniziert. Ich bin bei Twitter oder X, wie es jetzt heißt, auch viel aktiv, habe mich auch mit Kollegen, ein geschätzter Kollege und einen Zwischenfreund, Moritz Eckert aus dem Harz, der ist jetzt nicht im Verein aktiv, aber in der Digitalisierung sehr affin unterwegs, haben uns da ausgetauscht und auch da immer wieder angemahnt, wenn etwas nicht gut funktioniert. Direkt mit uns in Kontakt von der Politik ist man oft auf nicht den offiziellen Wegen in Kontakt getreten, sage ich mal, aber man hat das durchaus wahrgenommen, was wir kritisiert haben in einer konstruktiven Art und Weise, dass man da auch im Austausch bessere Lösungen finden konnte. Ja, also man müsste wirklich nochmal eruieren, warum die KBV tatsächlich so gehandelt hat. Ich habe es damals so wahrgenommen, dass die KBV natürlich auch deswegen so gehandelt hat, auf dem Druck ihrer Mitglieder teilweise. Ich glaube, das Hauptproblem, das wir da haben, sind auch diese unterschiedlichen PVS-Systeme, die in den Arztpraxen sind und ich höre ja heute noch immer, dass also der ein oder der andere tatsächlich nicht teilnehmen kann, weil sein PVS-System es ihm nach wie vor nicht anbietet, beziehungsweise es ewig dauert, dass es dann installiert wird. Absolut, das ist eine ganz große Herausforderung, die wir haben, aber auch da müssen wir transparenter machen, wo hakt es denn wirklich genau? Ist es dann das PVS, ist es die Telematik, sind es die Konnektoren und dann können wir auch gezielt das verbessern, wenn immer nur gesagt wird, funktioniert alles nicht, TI ist auf gut Deutsch nicht so schön, dann hilft das keinem weiter und das mit den PVS ist eine große Herausforderung, wo geguckt werden muss, wie können wir das verbessern. Aber auch da sehe ich die KBV in der Pflicht, weil die Zertifizierung der PVS läuft über die KBV und da wird halt nur geschaut, ist der Prozess am Ende so, dass das richtige Häkchen an der richtigen Stelle sitzt, aber ob eine E-Rezept-Signatur dann 20, 40 Sekunden dauert oder nur zwei, das wird überhaupt nicht geprüft und zertifiziert. Das heißt, da hätte ich mir von der KBV auch gewünscht, die Systeme so zu prüfen, sind die praxistauglich und wenn nein, Fristen auszusprechen, bis da und dahin muss die Signatur so schnell funktionieren, sonst verliert er die Zertifizierung. Und deswegen denke ich, macht es auch Sinn, nicht alles nur über die KBV laufen zu lassen, sondern auch mal von außen zu sagen, andere Dinge funktionieren. Wobei, das nehme ich ja gerne mit, also ich meine, ich bin ja oft in Berlin, ich habe ja einen direkten Trab, bin ja Mitglied auch in der KBV und ich nehme solche Kritik auch ganz gerne mal mit, ja. Also ich meine, dass da tatsächlich Hindernisse sind, die nachher, ich sage mal mal, im Praxisalltag uns dann beschweren, das darf natürlich auch nicht sein und Sie haben recht, für mich sind viel zu viele Praxisverwaltungssysteme unterwegs. Es ist nach wie vor das Problem der Schnittstellen untereinander, das ist nicht gelöst. Die KBV hatte ja schon mal eine Idee zu sagen, wir bieten ein einheitliches Praxisverwaltungssystem an, aber das ist aus wettbewerbsrechtlichen Dingen halt unmöglich. Genau, das muss man auch nicht jetzt irgendwie als Staatsmedizin sagen, es muss das eine System sein, aber es ist ja wirklich die Frage, muss das kleinste System unbedingt immer bis zum Ende das alles machen können oder muss man die Anforderungen einfach so machen, wie wir sie brauchen und dann muss halt das System schauen, das erfüllen zu können. Und wenn es das kann, ist ja gut und wenn nicht, dann wird sich das vielleicht auf eine gewisse Anzahl an Systemen kondensieren. Einige Landes-KVen hoffen ja jetzt, dass durch Rahmenverträge, die sie schließen können, nach neuer Gesetzgebung da vielleicht auch mehr mit eingehen zu können und mehr Druck ausüben zu können. Das muss man schauen, ob sich das so entwickelt, wie viele hoffen, aber das würde den Markt ja schon mal so ein bisschen in Bewegung bringen auf jeden Fall. Ja, aber Sie können es anwenden regelmäßig bei Ihnen und es läuft auch. Man hört ja immer solche Katastrophen nach dem Motto, ich komme morgens in die Praxis, mein Connector ist abgestürzt und die ersten anderthalb Stunden oder sowas stehen die Patienten vorm Tresen und ich kann nicht arbeiten. Das war mein Horrorbild, was ich vermeiden wollte. Ich hatte mit meiner Praxis jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich übernehme die Praxis und hatte so einen Digitalisierungsstau, dass ich sowieso neu denken musste. Ich habe dann die Praxis übernommen, habe ein Kilometer Netzwerkkabel in der Praxis verlegt, mir vorher überlegt, mit welchem Anbieter vor Ort möchte ich das realisieren, den ich schon in verschiedenen Praxen gesehen hatte und habe es komplett neu aufsetzen können. Das kann natürlich nicht jeder mit seiner Praxis machen und auch wenn man jetzt vielleicht nur noch fünf, sechs, sieben Jahre in seiner Praxis hat, ist auch die Frage, will ich diesen Aufwand betreiben? Genau, das ist ja auch nicht relevant, aber ich glaube dadurch macht man sich auch doch interessanter dann für Nachfolger, denen zu zeigen, pass mal auf, hier kannst du modern arbeiten und es erleichtert ja auch in vielen Punkten vieles und bei mir war es so, dass dadurch ich von vornherein viele Dinge gut anwenden konnte und es läuft bei uns wirklich problemarm, wirklich sehr, sehr problemarm. Also, dass alle sechs Monate mal kurz irgendwas getestet werden muss, wo hakt es, kommt vor, aber EAU läuft ohne Probleme durch, KIM funktioniert einwandfrei, wir nutzen das E-Rezept so, wo es geht, schon die ganze Zeit. Auch die Kritik, dass die Abläufe dadurch, ich sage mal, länger sind, also es kommt ja jetzt, das E-Rezept wird zum ersten, ersten Pflicht, also bei uns laufen die Hausärzte in Rheinland-Pfalz-Sturmen nach dem Motto, das verbraucht so viele Zeit, das E-Rezept da auszustellen, das kann ich mir gar nicht leisten. Genau, muss man so ein bisschen differenzieren, hängt vom PVS ab, aber es ist ein Prozess, der ein bisschen geändert werden muss, weil einfach die Signatur nicht auf einem Stück Papier, was schon ausgedruckt ist, erfolgt, sondern eben digital. Da halte ich auch Vorträge mit dem Kollegen Eckert aus dem Harz zusammen, weil wir das bei uns eben schon so optimiert haben, dass es für uns eine Zeitersparnis ist und auch für den Patienten viel bringt. Wenn ich aber ein PVS habe, wo die Signatur noch 20 Sekunden dauert, das ist nicht alltagstauglich. Okay, es liegt tatsächlich dann am PVS-System? In vielen Fällen ja, genau. Also es ist möglich, dass es schnell funktioniert. Eine Signatur von einem Einzelrezept dauert bei uns zwei bis vier Sekunden. Schnell genug, klar. Genau, ein Muster 16 auszudrucken und zu signieren ist dann nicht schneller. Und wir können halt Rezeptanforderungen, also bei uns laufen ja in der Allgemeinmedizin die meisten Rezepte eigentlich darüber, dass die angefordert werden, nicht unbedingt im direkten Patientenkontakt, sondern dass die vorbereitet werden von den MFA und dann von uns signiert werden. Das läuft bei uns, diese Signaturen werden in einer Sammelliste gesammelt und immer, wenn ich gerade während der laufenden Sprechstunde zum Beispiel Zeit habe, weil der Patient sich fürs Ultraschall kurz auskleidet, kann ich in diese Signaturliste schauen. Die Rezepte wegsignieren, ohne dass eine MFA von mir vor der Tür steht und sagt, schnell mal eben eine Unterschrift. Optimiert, ja. Genau, und der Patient, wenn er in der Praxis war, dem wird mitgeteilt, geh schon mal in die Apotheke, das Rezept ist signiert, bis du da bist. Oder er muss gar nicht erst kommen, weil er in dem Quartal vielleicht schon da war und wenn er auf Sylt im Urlaub ist, seine Ramipril vergessen hat, kann ich das signieren, er kann es auf Sylt abholen. Das ist unglaublich. Das hat schon Vorteile. Ja, das hat natürlich enormen Vorteile, das ist richtig, ja. Und es schafft auch tatsächlich Freiräume. Also Sie sprechen sich ja auch aus, dass diese Digitalisierung es auch ermöglicht, ich sage jetzt mal, wieder gewisse, ich sage mal mal, Freiräume für sich selbst zu schaffen, nicht von morgens bis abends in der Praxis stehen zu müssen, sondern auch, ich sage mal, an einem Nachmittag von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist auch ein großes Ziel für mich, weil unser Beruf wird weiblicher, unser Beruf muss familienfreundlicher werden. Es hat keiner Lust, von morgens um sieben bis abends um sieben in der Praxis zu stehen. Und wir müssen ja auch schauen, wie können wir Arbeitskraft generieren, die sonst uns verloren geht. Und gerade da ist es etwas, man kann von zu Hause arbeiten, junge Familien, Eltern können auch mal zwei Stunden Videosprechstunde machen oder der Patient ist in der Praxis, man arbeitet von zu Hause. Es muss natürlich der elektronische Heilberufsausweis, die Signature müssen freigegeben werden. Deswegen muss man alle 24 Stunden einmal in der Praxis gewesen sein, um das möglich machen zu können. Aber ich kann vormittags in der Sprechstunde sein, nachmittags von zu Hause noch was arbeiten, Rezepte signieren, ohne dass ich in der Praxis selber sein muss. Das erhöht die Flexibilität durchaus. Das ist unser Problem momentan, dass wir im Bereitschaftsdienst haben. Wir wollen im Bereitschaftsdienst eigentlich so ein bisschen die Videosprechstunde da ein bisschen etablieren. Aber wir haben das Problem mit eben halt eher UNE-Rezept. Und ich sage mal, unsere Poolärzte, die eben halt keine Vertragssätze sind, die müssen dann immer noch in unsere Räumlichkeiten kommen, weil nur da funktioniert. Sie würden natürlich auch gerne von zu Hause aus arbeiten. Ja, das wäre etwas, was wir langfristig natürlich hoffen mit digitalen Identitäten und ähnlichem, dass wir nicht auf Karten fixiert sind, wo wir immer an einem bestimmten Ort sein müssen. Ich sehe es jetzt so ein bisschen als Brückenlösung. Wir müssen natürlich den Gesamtprozess Stück für Stück so ein bisschen digitalisieren und optimieren. Aber klar gibt es ja jetzt noch Hürden, die wir uns dann langfristig wünschen, dass sie nicht mehr da sind. Klar, ich habe jetzt mitgekriegt gehabt durch einen privaten Kontakt, dass zum Beispiel die EAU bei geringfügig Beschäftigten gar nicht an den Arbeitgeber weitergeleitet wird und dass man also da, der geringfügig Beschäftigte braucht immer auch nochmal ein Papierausdruck für seinen Arbeitgeber. Hatte ich jetzt in dem Fall so noch nicht, dass ich mir das bewusst geworden wäre, aber man hat natürlich vereinzelt schon mal Fälle, wo Leute sagen, ich brauche das doch nochmal zusätzlich als Papierform. Weil daher muss man auch ehrlich sein, durchaus in der Umstellung des Prozesses auch versäumt wurde, die Arbeitgeber ausreichend zu informieren, die Arbeitnehmer zu informieren. Und das wurde schon uns Praxen ja auch so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Oft haben ja eigentlich die Krankenkassen den Informationsauftrag, dem die manchmal auch besser nachkommen könnten. Und gerade bei der EAU ist es ja so, wir drucken ja den Beleg für die Patienten mit aus, damit die das für ihre eigenen Unterlagen haben. Oft ist es aber schon auch so, dass der Chef dann sagt, naja, rufe ich nicht ab oder funktioniert nicht, schickt mir mal ein Foto. Und da ist eine Diagnose mit drauf. Und das ist insofern, eben, wir müssen, also ich mache das aktiv, dass ich den Patienten immer explizit dazu sage, das ist ihr Ausdruck, leiten sie den nicht weiter, ist eine Diagnose drauf, geht dem Chef nichts an, auch wenn es jetzt beim Grippaninfekt vielleicht nichts Schlimmes ist. Aber wir müssen die immer darauf hinweisen, mach das nicht, weil da eigentlich eher ein Datenschutzrisiko wieder besteht, weil Aufklärung von Arbeitgebern und Patienten nicht so ausreichend erfolgt ist und der Prozess für die Arbeitgeber auch nicht optimal ist, dass es halt lange dauert und ähnliches und auch da teilweise Kosten anfallen, wo man auch fragen muss, muss das so sein? Aber ich denke, auch das wird sich im Verlauf weiter verbessern und lösen. Sie haben ja neben Ihrer eigenen Digitalisierung auch andere, ich sage mal, Medien und Gestaltungen forciert, zum Beispiel was Aufklärungsmöglichkeiten des Patienten angeht. Ihr YouTube-Channel, den Sie gemacht haben eine Zeit lang. Das ist so ein bisschen eingeschlafen, aber ich nehme an, dass es so ein bisschen auch Belastungsgründe waren, aber insgesamt auch da ein Weg der Gestaltung tatsächlich, ich sage mal mal, den Arzt in seiner persönlichen Ansprache zum Patienten auch ein bisschen zu entlasten. Auch das und aber auch die Erkenntnis, dass ein Patient immer wieder die Möglichkeit haben muss, sich über Dinge zu informieren, weil in einem normalen Arzt-Patient-Gespräch man nie alle Informationen aufnehmen kann. Ein Schlüsselmoment war für mich, Visite mit dem Chef abends nach seinem Katheter-Programm, abends um acht sind wir durch die Privatstation gelaufen und er hat sich echt immer viel Zeit genommen, die Patienten aufzuklären, hat 20 Minuten lang einem Patienten erklärt, wo er jetzt mit dem Katheter in welches Gefäß gegangen ist, um das dann zu erweitern, zu standen. Und nach den 20 Minuten guckt der Patient ihn glücklich an, sagt ja, vielen Dank, aber eine Frage habe ich jetzt, bin ich jetzt eigentlich herzkrank? Mein Chef, leicht frustriert, ist einfach aus dem Zimmer gegangen und weitergelaufen und da war für mich der Moment, okay, das ist für den Patienten zu viel gewesen in diesem Moment. Der ist im Krankenhaus, ungewohnte Atmosphäre und da kam eigentlich die Idee, dass der Patient die Möglichkeit erhalten muss, von zu Hause in einer entspannten Atmosphäre immer wieder Informationen konsumieren zu können und dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn wir das ähnlich wie in einem Programm jetzt bei Ihnen überlegt und strukturiert den Patienten dazu bieten, dass wir auch in der Aufklärung dann besser sein können. So kam damals die Idee, haben wir in der Weiterbildung, habe ich mit meinem Bruder zusammen gemacht, der ist Dermatologe, haben da auch durchaus positives Feedback bekommen, aber wie Sie sagen, mit der Niederlassung, ja, ist die Zeit nicht immer nur so da, wie man das gerne hätte. Ja, ich finde, wie gesagt, das ist ja insgesamt, ich habe das auch schon mal für meine Praxis überlegt, habe ich nicht so was gestaltet, sondern so ein Video der Aufklärung, also ich habe ja so eine operative Praxis, wie läuft dann praktisch ihr Operationstag ab, einfach dem Patienten, das ist ja das, was ich dem Patienten persönlich eigentlich immer auch erzähle. Ich erzähle ja dann auch immer dasselbe und insofern könnte man sowas schön umsetzen, habe es aber auch nicht geschafft, es tatsächlich umzusetzen, vielleicht wäre jetzt die Zeit gegeben, das tatsächlich mal zu machen, aber es besteht natürlich auch eine Gefahr, eben halt viele beklagen ja auch diesen Dr. Google, diesen Patienten, der sozusagen voll aufgeklärt aus verschiedenen Inhalten, die teilweise nicht geschützt sind, nicht verifiziert sind, dann zum Arzt kommt und schon mit seiner Diagnose ins Zimmer kommt. Ja, also die Herausforderung ist da, aber ich glaube, es wäre illusorisch zu denken, dass wir das verhindern können und muss ja auch gar nicht sein. Wir selber, wenn wir selber mal Patienten sind und zum Arzt gehen, googeln wir auch vorher Dinge und ich glaube, es gibt Statistiken, dass 40 Prozent der Patienten, bevor sie zum Arzt gehen, googeln und hinterher nochmal. Und gerade da sehe ich eine Chance, dass wir, das wäre eigentlich mein Wunsch, als zum Beispiel Hausarztverbände sagen, wir machen eine einheitliche Plattform mit evidenzbasierter, sinnvoller Informationen für den Patienten. Manchen reicht das vielleicht schon und wenn aber nicht, dass wir auf derselben Plattform sagen und dann möchte ich jetzt einen Arzt in meiner Nähe und dann wird der Hausarzt da, der ihn sowieso betreut oder er sucht noch jemanden, angezeigt und er kann sich dann überlegen, mache ich mit dem eine digitale Videosprechstunde oder gehe vor Ort dahin, dass wir eigentlich den Patienten früher abholen, weil das ist für uns Hausärzte auch der Anspruch, dass wir sagen, wir wollen der erste Ansprechpartner sein, müssen dann aber schon auch mit der Zeit gehen und sagen, dann muss ich auch dahin gehen, wo der Patient anfängt, sich zu informieren. Wo er sich erkundigt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, wichtig wäre, dass wir dann wirklich sowas schaffen, wie Sie gesagt haben, eine ärztliche Plattform vom Hausarztverband oder von den jeweiligen Berufsverbänden. Das große Problem, das ich halt sehe bei solchen Dingen, die können ja auch interessensgesteuert sein, zum Beispiel bei die Pharma. Ja, dass also tatsächlich Pharmafirmen es ausnutzen, sagen wir mal, Informationen so rüberzubringen, dass es direkt zu ihrem Medikament hinweist. Natürlich, das müsste man von vornherein im Hinterkopf haben, dass das nicht passiert. Deswegen wäre zum Beispiel im hausärztlichen Bereich, ich bin selber auch bei der DGA, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Ah, wunderbar, da wollte ich Sie noch darauf ansprechen. Ja, genau, dass man auch einfach das im Schulterschluss mit den wissenschaftlichen Fachgesellschaften so macht, dass es evidenzbasiert ist, die Inhalte auch immer wieder überprüft. Und viele Dinge, muss man ja auch sagen, werden jetzt nicht alle drei Jahre neu erfunden in der Medizin, sondern die chronischen Erkrankungen, arterielle Hypertonie und ähnliches, da passiert ja jetzt nicht mehr so viel, außer dass mal vielleicht Grenzwertanpassungen stattfinden. Aber gerade da denke ich auch, aber da macht es Sinn, dass wir den Patienten informieren und ihm aber auch erklären, in welchen Fällen machen wir in Anführungsstrichen nichts, weil auch nichts tun muss erklärt werden. Und das macht da in dem Zusammenhang sehr viel Sinn. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Noch ein anderes Ding, wenn wir jetzt diese Aufklärung, auch diese, ich sage mal mal, Videosprechstunden mit Patienten. Es gibt ja noch eine weitere Gefahr, die auch in der Hausärzteschaft immer geäußert wird. Die führt übrigens dann auch zu der Tatsache, dass eben die Videosprechstunde auf 30 Prozent begrenzt ist. Man hat ja auch so ein bisschen Sorge, dass sich irgendwelche Unternehmen bilden, die im Prinzip diese hausärztliche Versorgung sozusagen als große Firma anbieten. Ich sage jetzt mal Teleklinik oder sowas in der Art. Und die es eben halt, ich sage mal mal, in direkter Konkurrenz zur Hausarztpraxis machen. Unsere Hausärzte sagen, ich habe eine große Praxis, die finanziere ich mit. Ich muss Miete zahlen, ich muss meine Mitarbeiter zahlen. Da gibt es irgendeine Firma, die hat einen großen Raum gemietet. Da sitzen zehn Leute drin, nur am Teleprompter, sage ich, am Videogerät. Und beraten Patienten, das kann auf Dauer so nicht gut gehen, diese Konkurrenz. Ja, also das ist auch eine große Herausforderung, die ich so sehe. Und das ist für mich auch der Antrieb zu sagen, wir müssen uns da öffnen dem Patienten, weil dass der Patient sagt, ich möchte nicht jedes Mal für eine Krankschreibung irgendwie in die Praxis fahren, ist vielleicht auch 15, 20 Kilometer weg, ich könnte es von zu Hause vom Sofa aus machen und bekomme, dass aus Patientensicht dieser Wunsch da ist, den kann ich nachvollziehen. Dann sehe ich es aber so auch in unserer Pflicht zu sagen, wir müssen uns halt für diese Wege auch öffnen, dass das nicht funktionieren kann, dass ein Unternehmen, was rein telemedizinisch Patienten behandelt, mit denselben Pauschalen vergütet wird wie wir, die halt eine Praxis vorhalten und auch im Notfall dann da hinfahren. Weil wenn das telemedizinisch nicht behandelt wird, wird da trotzdem an ambulante Kollegen verwiesen. Dass dann aber dieselben Pauschalen dafür geltend gemacht werden, kann ja nicht funktionieren. Das heißt, da muss auch abrechnungstechnisch natürlich gefragt werden, kann das so weiter funktionieren. Das bringt alles Mögliche durcheinander übrigens. Also wir haben jetzt gerade eine Erhebung gemacht über unsere Videosprechstunden und wir haben also festgestellt, dass 60 Prozent der behandelnden Patienten, die abgerechnet worden sind in Rheinland-Pfalz über Videosprechstunde, kommen aus Berlin und aus Hamburg. Genau und das kann ja mit dem aktuellen Vergütungssystem nicht so in Einklang gebracht werden, sehe ich ganz genauso. Ja, aber es scheint zu funktionieren, oder? Also für die Kollegen scheint es sich zu lohnen, dass sie, ich sage mal, neben ihrer Praxis dann noch Videosprechstunde anbieten und, ich weiß jetzt nicht, das läuft dann wahrscheinlich über die Teleklinik, dann die Patienten aus Berlin und Hamburg dann behandeln. Naja, also die Patienten kommen aus Berlin und Hamburg hauptsächlich? Ja, die Patienten kommen aus Berlin und Hamburg. Das sind natürlich Patienten, die vielleicht auch dort vor Ort keinen Hausarzt haben und dann deswegen diesen Weg so suchen. Es ist natürlich so, die Frage ist, wer macht das? Es machen natürlich Ärzte, die entweder nicht voll ausgelastet sind mit ihrer Sprechstunde vor Ort vielleicht. Das kennt mich auch, ja. Oder es ist natürlich auch so, Leute, die vielleicht aus anderen Gründen, Familie oder Ähnlichem, halt mal von zu Hause arbeiten wollen. Dafür ist das ein eleganter Weg zu sagen, ich gehe einfach an meinen PC und arbeite da ein bisschen vor mich hin zwei Stunden und dann höre ich wieder auf. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, das müssen wir Kollegen, die mit uns in unserer Praxis arbeiten wollen, aber auch ermöglichen, mal zu sagen, ich mache mal nur einen halben Vormittag, weil ich da Zeit habe. Ja, ja, natürlich, klar. Und dann ist das da auch eine Möglichkeit. Klar, mein Sohn arbeitet als Kinderarzt. Er hat also durchaus viele Interessenten, die mitarbeiten würden. Gerade, ich sage mal, Frauen mit kleinen Kindern oder sowas, die zum Beispiel Videosprechstunde ja anbieten könnten. Ja, da müsste man halt dann auch den jeweiligen Rahmen dafür schaffen. Da ist natürlich auch die Selbstverwaltung, glaube ich, gefordert. Wie weit sehen Sie denn, sagen wir mal, die KV? Kann die KV diesbezüglich auch noch Unterstützung bieten? Also haben Sie jetzt einen KV-Mann direkt vor sich? Was kann ich tun, ja, um tatsächlich, ich sage mal mal, dieses System auch in Teilweise mit voranzutreiben? Also wovon wir aus meiner Sicht weg müssen, ist, dass ein Arzt-Patienten-Kontakt nur dann vergütet wird oder eine Betreuung eines Patienten, wenn der Patient bei mir in der Praxis steht. Das ist auch gerade beim E-Rezept immer wieder ein Thema von Kollegen. Naja, er muss aber zweimal im Quartal ja bei mir in der Praxis sein, damit ich beide Chronikapauschalen abrechnen kann, damit das Vergütungssystem so auch funktioniert. Da sind wir Hausärzte über die HZV natürlich so ein bisschen flexibler, wenn wir hausarztzentrierte Versorgung machen, weil es da ein bisschen flexibler gehandhabt werden kann. Da ist es nicht vorgeschrieben? Ja, es ist schon ein Arzt-Patienten-Kontakt vorgeschrieben, aber zum Beispiel diese zweimalige Vorstellung im Quartal. Bei der Chronikaziffer. Genau, bei der Chronikaziffer haben wir so nur bei der AOK in Bayern. Und wir wollen ja eigentlich dahin, dass wir den Patienten gut versorgen, aber ihn nicht anhand von Quartalsgrenzen immer sagen müssen, du musst jetzt dieses Quartal hier gewesen sein, sondern für uns Hausärzte wäre es eigentlich langfristig besser, dass wir in Halbjahres- oder Jahresabständen denken, um nicht so gebunden zu sein. Und dann, glaube ich, wäre auch das Interesse der Kollegen viel größer zu sagen, naja, dann mache ich halt E-Rezepte, dann muss der Patient nicht ständig bei mir sein, dann kann ich den Patienten behandeln, der gerade meine Aufmerksamkeit braucht und nicht alle drei Monate dem Patienten in die Augen schauen, er war da, steckt sein Kärtchen ein und dann kriege ich es nur vergütet. Und das ist ein großer Punkt, wo ich glaube, dass wir einfach unser Vergütungssystem den modernen Arbeitsabläufen anpassen müssen, weil aktuell hindert die Vergütung, so ein bisschen moderner zu werden, aber es ist natürlich auch, wenn wir nicht moderner werden, kein Anreiz, das Vergütungssystem zu ändern. Und dass eben so Umwege genommen werden, wie jetzt Teleklinik oder Ähnliches, das passt so von der Höhe der Vergütung eigentlich nicht da rein, wenn eigentlich mit dieser Grundpauschale noch was anderes mit abgebildet wird. Ja, das nehme ich auch gerne mal mit. Ich glaube, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf da. In Krankenkassen tun sich da auch zwar immer wieder dann schwer, weil halt diese ärztliche Leistung speziell, ich sage mal mal, dieser Stundensatz da vergütet wird. Aber ja, ich bin auch der Meinung, wir können ja doch auch aufgrund der Digitalisierung auf dem elektronischen Weg oder sowas, können wir überhaupt vom Quartalsbezug eigentlich weg. Wir könnten ja schon längst eigentlich auch auf den Monatsbezug gehen, wie jede andere rechnungslegende Firma auch. Und weil Sie gerade die Krankenkassen ansprechen, da sehe ich auch eine Herausforderung, weil es ja auch Tendenzen gibt, dass die eine oder andere Krankenkasse sagt, wir haben unsere Ärzte, ihr könnt über unsere eigene App mit unseren Ärzten kommunizieren. Das heißt, wir müssen ja auch schauen, dass wir der primäre Ansprechpartner sind und da nicht eine Parallelversorgung stattfindet, die ja eigentlich von uns so nicht gewünscht sein kann. Richtig. Und da sehe ich auch eine Herausforderung, dass man sagt, hey Moment, das läuft über uns niedergelassen. Zumal jetzt mit dem, ich sage mal, Digitalgesetz ja auch tatsächlich die Krankenkassen in der Lage sein sollen, sämtliche Daten zu erhalten und dann auch eventuell sogar Empfehlungen zu geben. Schwierig, halte ich für schwierig. Ist ja so ein bisschen auch von Israel und anderen Ländern abgekupfert, wo ja die Krankenkassen eine deutlich stärkere Rolle spielen. Aber auch da ist es ja so, dass die Information an den Arzt eigentlich geht und der Arzt die Information kriegt, welcher Patient benötigt jetzt vermehrte Aufmerksamkeit und der Arzt in den Kontakt zum Patienten tritt. So wäre es auch sinnvoll, oder? Genau, halte ich auch für sinnvoll. Halte ich auch für schwierig. Wir kennen das im ambulanten Bereich ja auch bei längerer Krankschreibung oder Ähnlichem, dass sich Patienten, die einwilligen, dass die Krankenkassen sie anschreiben oder ansprechen dürfen, sich durchaus unter Druck gesetzt fühlen. Wie lange dauert denn hier? Oh, was läuft denn jetzt noch? Da haben wir durchaus Patienten mit seelischen Erkrankungen, wo es eher verschlechtert wird, dadurch, dass immer wieder eine Kontaktaufnahme stattfindet. Da will man jetzt niemandem immer was unterstellen, aber da müssen wir einfach aufpassen. Und bei der Vielzahl der Krankenkassen ist, glaube ich, auch nicht sichergestellt, dass bei jeder kleinen Krankenkasse da überwachte Abläufe stattfinden. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Kommen wir noch mal kurz auf die Weiterbildung. Sie bilden auch selbst weiter, haben auch Weiterbildungsvermächtigung. Nur so noch mal kurz ein Schwenk zur HZV. Ich meine, HZV ist auch eine Konkurrenz zur KV. Eine sinnvolle Ergänzung. Oder eine sinnvolle Ergänzung. Wir sehen das auch mit, klar, in Bayern und Baden-Württemberg ist es ja relativ, die hätten in Rheinland-Pfalz auch gerne mehr HZV. Da sind aber die Krankenkassen anscheinend nicht ganz so bereit, da mitzugehen. Nur wir sehen es natürlich in vielerlei Hinsicht, das Geld, das über die HZV abgewickelt wird, das fehlt uns natürlich als KV. Also auch für die gesamten Finanzierungen, zum Beispiel für die Weiterbildungsfinanzierung. Ja, die wir ja unterstützen, diese Weiterbildungsfinanzierung, haben wir ja in Rheinland-Pfalz relativ großen Bereich. Oder, ich sage mal, für den Bereitschaftsdienst und, und, und. Also da wird ein Parallelsystem aufgebaut, das auch problematisch ist. Das wollte ich nur dazu sagen. Aber Weiterbildung. Weiterbildung sehen wir als das entscheidende Moment bei uns, eigentlich auch zukünftige Nachfolger zu finden für unsere Praxen. Wir machen auch gerade eine Weiterbildungsinitiative. Sie haben gesagt, da fehlt noch eine Möglichkeit, für die weiterzubildenden Suchenden tatsächlich zu informieren. Wo kann ich mich denn am besten weiterbilden? Genau, das war das, was ich mit dem Tinder für die Weiterbildung meinte, dass wir einfach Transparenz mehr brauchen. Wo kann ich was lernen? Wie haben das vielleicht vorhergehende Kollegen bewertet? Und man auch eine leichte Plattform hat, um in den Austausch zu kommen. Bei mir in Bayern ist es so, als ich in der Weiterbildung war und überlegt habe, wo gehe ich hin? Ich konnte mir halt eine Liste runterladen mit Weiterbildungsermächtigten. Von der Kamera? Genau. Und da konnte ich gucken, haben die vielleicht eine Internetseite, wo ich mich weiter informieren kann? Ja oder nein? Man hat so einen leichten Hinweis darauf, was alles gemacht wird durch die Dauer der Weiterbildungsermächtigung. Dann hört es aber auch schon auf. Dann fängt man an, im persönlichen Netzwerk, was man hat, sich zu erkundigen. Wo war denn ihr? War das da gut? War das nicht gut? Und gerade dann, wenn man eigentlich Kollegen hat, die gerne weiterbilden möchten und aber niemanden finden, macht es ja Sinn, man hat eine Plattform, wo man sich einfach darstellen kann, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das heißt, sagen kann, was machen wir? Was ist mein Praxisteam? Wie kommt ihr hierher? Was könnt ihr lernen? Und in persönlicher Form findet sowas bei uns in Hausärztetagen sehr gut statt, wo auch der Hausärzteverband sehr motiviert ist. Aber da muss der Interessent natürlich auch erstmal hingehen und muss da sich informieren. Also sie machen eine Veranstaltung für Weiterbildungsassistenten und da präsentieren sich, wenn du in der Praxen? Genau, da präsentieren sich Praxen und man kommt auch erstmal in den persönlichen Austausch und dann können auch Interessierte, wenn sie jetzt wissen, da war jemand motiviert, es ist aber weiter weg, mal fragen, wen kennst du in meiner Umgebung oder ähnlichem? Das funktioniert schon sehr gut, aber halt natürlich in einem Kreis, der auch irgendwo begrenzt ist. Und deswegen wäre eine Plattform, wo man sagt, Mensch, da Interessierte können sich da einstellen und wer schon so interessiert ist, zu sagen, ich stelle mich da hin, ich gehe da rein, das ist für den Interessenten natürlich schon ein Zeichen, dass da auch Motivationen in der Weiterbildung nachstehen. Das stimmt, das stimmt. Also ich finde die Idee eigentlich auch sehr, sehr gut. Wird wahrscheinlich Kollegen geben, die diese Transparenz nicht unbedingt so toll finden werden, ja, aber das ist halt immer so, aber es ist ja eine freiwillige Möglichkeit, eben sich darzustellen und da müsste man eben halt, ich sage mal, eine Plattform verschaffen, ja, man müsste mal überlegen, ob das die Kammer machen sollte. Bei uns ist es immer so, dass alles, was mit Weiterbildung zu tun hat, da sagt die Kammer, das ist unser Beritt, da kümmern wir uns drum, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee wirklich toll, also vielleicht kann man sowas tatsächlich mal anstoßen. Ist bei uns vielleicht auch da aus der Sondersituation geboren, im Nürnberger Raum sind schon einige hausärztliche MVZ-Ketten, die in dem nach außen auftreten, schon professionalisierter sind, als wir Einzelpraxen, die da auch motivierter um Ärzte in Weiterbildung werben. Die haben auch den, die man Powered hat. Genau, und dann muss man aber auch ehrlich sein, ist es schon durchaus, kommt es häufiger vor, dass die Ärzte in Weiterbildung auch mal alleine in einer Filiale sitzen, die betreiben, was ja auch gefördert wird, ohne eine strukturierte Ausbildung immer so zu bekommen, wie man sich das wünschen würde, was uns Einzelpraxen manchmal ärgert, weil wir dann nicht so gut an die Ärzte in Weiterbildung rankommen, weil wir öffentlich nicht so präsent sind, aber eigentlich das Gefühl haben, hey, wir geben uns sehr viel Mühe und wollen da auch eine gute Weiterbildung machen. Und deswegen war das die Idee, wie können wir das eigentlich schaffen, besser in Kontakt zu kommen und auch öffentlich präsenter zu sein. Und da machen sich viele Gedanken darüber eigentlich, ich sehe das jetzt, bei den Kinderärzten ist es auch so, die haben ein ganz tolles Curriculum erarbeitet zur Weiterbildung in den Praxen, also man könnte das wirklich ein bisschen, ich sage mal mal, ja nochmal ein bisschen forcieren, dass wir da tatsächlich uns ein bisschen transparenter machen. Wir haben zum Glück jetzt auch die Kompetenzzentren für Weiterbildung, wo auch schon viel passiert, wo man auch merkt, es gibt einen neuen Schub und auch in Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen. War der Bildungsverbünde mit Kliniken bei Ihnen? Gibt es auch, gibt es auch. Würde ich mir manchmal noch ein bisschen ausgeprägter wünschen und ein bisschen bunteres Bild. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Kliniken, die eher auch Probleme haben, ihre Ärzte zu füllen, dass die dann motivierter sind. Aber ist ja auch okay. Da reicht immer noch so ein bisschen Angst voreinander, dass man sich gegenseitig da Konkurrenz macht. Und ja, die Ärzte sind knapp und da ist es natürlich echt problematisch momentan. Ja, genau. Also bei uns ist es schon so, dass ich sagen würde, die Lehrstühle für Allgemeinmedizin haben viel bewirkt, die Kompetenzzentren haben viel gebracht und auch die Weiterbildung ist in der Qualität auch aus meiner Sicht deutlich besser geworden, wo es jetzt noch so ein bisschen hapert. Aus meiner Sicht ist dann eigentlich der Schritt, wenn wir jemanden haben, ich habe gerade einen Arzt in der Weiterbildung, der durchaus, glaube ich, auch eine eigene Praxis machen würde, sind so etwas wie die Zulassungsausschüsse, wo es manchmal bei uns echt auch knarzt, weil es auch manchmal nicht das transparenteste Verfahren ist, wie da die Sitze verteilt und vergeben werden und wir auch gerade bei uns durch eben starke MVZ-Ketten da Konkurrenzsituationen haben und ich hatte ihren Talk gesehen mit dem Kollegen, der da diese augenärztliche MVZ-Kette leitet. Der hatte einen interessanten Spruch oder einen immer wiederkehrenden Satz gesagt, dass die Ärzte an die verkaufen würden, die sonst keinen Nachfolger finden und ich finde, der Satz endet so nicht richtig, die keinen Nachfolger finden für den Preis, weil das ist bei uns durchaus ein Punkt, dass auch die Kollegen, die dann in Rente gehen wollen, schon auch gewisse Preisvorstellungen haben und wenn man keinen findet, der das zahlt, dann verkaufe ich halt dann doch ans MVZ. Es verkauft sich am Stammtisch, aber besser, wenn man sagt, der wollte keiner haben, die Praxis muss die ans MVZ geben und das mit den Zulassungsausschüssen ist auch für uns ein Punkt, wo wir sagen, das muss irgendwie transparenter gemacht werden. Ja, also wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja sogar für eine wesentlich umfangreichere, sagen wir mal, Reform dieses ganzen Bereichs, also es stellt sich ja die Frage, ob überhaupt diese Bedarfsplanung noch in dieser Form, wie wir sie haben, überhaupt noch dem Anspruch gerecht wird und wir haben viel zu wenig Ärzte, insofern, das war ja ein Ding, das auch geschaffen worden ist, um Ärzte aus der Niederlassung herauszuhalten. Aber leider ist es so, die Zulassungsausschüsse sind auch paritätisch besetzt, da spielen die Krankenkassen halt auch wirklich eine wesentliche Rolle mit, selbst wenn wir sagen, wir haben da Bedarf, wir möchten da gerne Sonderbedarfszulassung und, 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 müssen wir uns immer mit den Krankenkassen in Verbindung setzen. Vielen Dank, wir haben, ich glaube, schon ein breites Portfolio rund Umschlag gemacht. Wir beenden unseren Tag immer mit so drei kurzen Fragen, da bitte ich Sie auch, drei kurze Antworten zu sagen, die so ein bisschen eher so privat sind. Sie hatten es schon gesagt, Sie sind aufgewachsen im Norden, in Glüneburger Heide, oder? Ja, genau, genau. Und jetzt in Franken. Gibt es was, was Sie in Bayern vermissen von Ihrer eigentlichen Heimat? Ah, ja, schwierige, schwierige Frage. Es ist so, dass ich von der persönlichen Struktur der Menschen manchmal das Gefühl habe, man ist ein bisschen offener so im Norden und auch die CSU-Geprägtheit in Bayern musste ich mir erst mal dran gewöhnen. Aber ansonsten sind die Franken und die Heidia sollen sich doch sehr ähnlich sein und das stimmt schon teilweise auch. Ja, Sie spielen, also freizeitmäßig, habe ich gesehen, Joggen und Volleyball. Ja, genau. Daher die Frage, eher Teamplayer oder eher Einzelkämpfer? Nee, schon eher Teamplayer. Eher Teamplayer. Genau, deswegen habe ich mich beim Volleyball auch immer sehr wohl gefühlt. Ja, das ist schon ein Mannschaftssport. Genau, super, ja. Ja, Vaterarzt, Bruderarzt, was wäre denn Ihre Alternative gewesen? Ich habe lange überlegt, ob ich Lehramt mache, habe da so ein bisschen gezögert, in den Staatsdienst einzutreten und die andere Alternative wäre gewesen, Richtung Maschinenbau, Flugzeugtechnik hat mich mal interessiert, aber bin mit der Medizin eigentlich sehr zufrieden. Vielen Dank, mein Gast war Nikolaus Kahl. Wir haben, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch miteinander geführt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier nach Mainz gekommen sind und auf Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. t Room t Room t Room t Room t Room t Room